Hallo, ich bin der Chris und willkommen bei Krachgeflüster. Heute habe ich ein ganz besonderes Schätzchen aus Italien für euch und zwar diesen M3 Gunner. Dabei handelt es sich um die 50er Variante, also es gab in drei Ausführungen, einmal 50, einmal 100, einmal 150 und der 50er scheint, laut den Informationen, die ich jetzt gefunden habe, 40 Watt geliefert zu haben. Es gab dann noch zwei größere Brüder, die halt dann mit größeren Lautsprechern versehen waren und die dann um die 80 bzw. um die 100 Watt geliefert haben. Also war die Namensbezeichnung dahinter eigentlich jetzt nicht gleich mit der Wattzahl. Genau, wurde Ende der 70er Jahre in Italien gebaut, in der Nähe von Mailand, von Meazzi, die damals halt am Ende ihrer Tage quasi gewesen sind. Und ich hatte irgendwo gelesen, für was dieses M3 steht, für Meazzi und noch zwei andere Sachen. Ich glaube Meazzi, Milano und dann war noch eine andere Firma mit involviert. Aber das kriege ich gerade nicht hin, kriege ich gerade nicht, also auf die Kette quasi das nochmal zu wiederholen, beziehungsweise ich weiß auch nicht, inwieweit diese Informationen stimmen. Die Dokumentationslage ist da eher überschaubar, aber sei es drum. Ich habe den M3 bei eBay Kleinanzeigen entdeckt und mich direkt verliebt, quasi. Und das zu Recht. Fangen wir mal an mit dem Aufbau. Wir haben hier, ich gebe den mal ein bisschen, damit es im Licht nicht so blöd aussieht. Wir haben hier zwei verschiedene Eingänge. Einmal Clean, einmal für einen der tollen Features, die dieser Amp hat. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Transistoren-Amp, also keine Röhre integriert. Ja. Wir haben hier ein eingebautes Fass, was ich mega cool finde, also Fass Distortion. Dann haben wir einmal Volume. Ich muss das gerade hier ein bisschen halten und gleichzeitig zeigen. Und die Kamera halten. Also einmal Volume, einmal Bass, Travel. Wir haben ein verbautes Dremolo, wo man die Tiefe und die Frequenz einschalten kann. Und wir haben auch noch einen Federhall verbaut. Der ist in dem Fall nicht mehr original, weil der Verkäufer von dem Verstärker hier den Federhall rausgeklaut hatte. Und ich habe da von einem Lenay PL100 Twin den Federhall-Tank quasi ausgebaut und hier integriert. Dann haben wir hier noch einen Eingang für, also wahrscheinlich hier für einen Schalter, um das Dremolo und das Reverb ein- und auszuschalten. Braucht man aber eigentlich nicht, finde ich. Ansonsten gab es den Amp in verschiedenen Ausführungen, auch mal mit bunten Knöpfen und so. Aber ich mag eigentlich dieses relativ schlichte Design der späten 70er, frühen 80er Jahre. Sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Auch hier mit den Griffen, damit man den Verstärker gut tragen kann. Ansonsten hat man hier natürlich den Schriftzug und die beiden 10 Zoll Lautsprecher sieht man auch. Jetzt drehe ich den Verstärker mal ganz kurz um. Versuch die Kamera mal gerade zu stellen. Dann haben wir hier unten den Platz, wo man das Kabel ordentlich einwickeln und dann verschließen kann, was ich mega cool finde. Und ansonsten kann man halt hier über dieses Netz ein bisschen reingucken. Viel wird man wahrscheinlich nicht sehen. Ich hatte den Amp eben offen, um den Federhall zu montieren, was nicht ganz einfach gewesen ist, weil hier noch keine Zinsbuchsen drin sind. Da hatte ich dann mit dem Verkäufer hin und her geschrieben, habe es dann aber irgendwann selber herausbekommen, wo der Federhall gesessen hat und habe den auch angeschlossen bekommen. Yay! Genau. Ansonsten, ja, hier oben hat man halt quasi hier unten drunter die Platine, wo halt die ganzen Podys und die ganze Technik quasi verbaut sind. Hier seitlich hängen dann die Transistoren und hier unten ist dann der Dravo und die Stromverkabelung quasi. Also ich glaube, so Sicherheitstechnik ist jetzt nicht so ganz auf der Höhe der Zeit, aber für damalige Verhältnisse auf jeden Fall okay, würde ich sagen. Gut, aber darum geht es ja nicht in erster Linie bei einem Verstärker. Dann drehe ich ihn mal um, mache ihn an und dann werden wir ihn auch direkt mal in Farbe und Bond hören oder so. Testen werde ich ihn übrigens hier mit meinem Paddleboard und als Gitarre verwende ich die Natsangi Stromgitarrentara mit puffartigen Tonabnehmern jetzt fürs Erste. Er rauscht und brummt ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm. Also ich denke halt, der Amp ist wahrscheinlich vor allem gedacht für irgendwelche Garage-Rock-Geschichten. Ich glaube, da fühlt er sich dann so richtig wohl. Ich drehe ihn nochmal ein bisschen, damit hier auch die Verkabelung reicht. Ich drehe mal Bass und Treble auf Mittelstellung, alles andere erst mal aus. Ich zeige euch das nochmal. Ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich finde ihn jetzt relativ warm klingend, aber, also ich mag es aktuell ein bisschen traveliger quasi und jetzt drehen wir mal den Bass ein bisschen runter auf, was ist es, 3 Uhr? Ja, egal, und travel dafür in die andere Richtung, drehen ein bisschen runter, äh hoch, na, ich bin verwirrt, egal Da klingt er schon wesentlich angenehmer, finde ich Ja. 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 Eieiei, naja, ein bisschen schief, aber nicht schön. Jetzt geben wir mal noch ein bisschen Reverb dazu. Genau, gucken wir mal, wie das klingt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der Original-Hall und rumt halt ein bisschen. Das ist jetzt nicht der Original-Hall. Mit einem anderen Hall geht halt, also ich drehe zwar komplett auf. Mit einem anderen Hall geht da halt bestimmt noch mehr, noch mehr spacige Sounds. Aber ich fand das jetzt so eigentlich ganz passend. Genau, jetzt machen wir mal das Drehmolo an. Ich habe jetzt mal beides auf Mittel-Mittel gestellt. Ton lasse ich jetzt mal genau so. Reverb ist jetzt auch auf 3 Uhr. Und ja. Dreh jetzt mal auf 9. Drehmolo. 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 Das Ding ist schon ziemlich cool. Drehmolo. 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 Ja, finde ich schon sehr cool, wie gesagt. Ja, das war jetzt erstmal so der Clean-Modus und jetzt zeige ich euch noch den Dirt-Modus. Da gehen wir da runter, schalten auch das Drehmolo aus. Ton und Bass lasse ich jetzt erstmal so. Und beim Zerr-Modus funktioniert das quasi der Poti andersrum. Desto niedriger ich drehe, desto, wie soll ich sagen, ja, desto verzerrter wird's. Hier in der Mittelstellung. Machen wir das Volumen ein bisschen runter. Wenn wir in die Richtung jetzt gehen, quasi wird halt der Klang cleaner, wenn er voll aufgedreht ist. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, geht's erstmal leiser. Wir sind jetzt hier auf 3 Uhr. Rauscht natürlich auch ein bisschen. Aber wie gesagt, also für richtig clean spielen und alles sauber ist der Imp halt nix. 1. 2. 1. 2. 3. 3. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr Zerre rein, ein bisschen mehr Rauschen. Also er ist halt auch relativ empfindlich auf irgendwelche Hintergrundgeschichten. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommt es aber auch vom Kabel sogar, verdammt. Hätte man natürlich vorher testen können, deswegen schließe ich jetzt die Gitarre mal direkt an, ohne Pilotword. Gut, dann sollte ich dieses Kabel vielleicht mal entsorgen oder kürzen und neu verlöten. Mein Fehler. Sorry Leute. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. So, jetzt suchen wir mal nach dem perfekten Italo-Western-Klang. Vielleicht ein bisschen weniger Zerre, ein bisschen Tremolo, ein bisschen Reverb. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen diarrhea. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen überraschen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Klingt doch eigentlich schon mal sehr geil. Jetzt nehme ich nochmal meine D'Angelico mit den Filtertrons und spiele damit und gehe damit auch nochmal in den Clean-Kanal. Jetzt ohne Rauschen, da die Fehlerquelle ja offensichtlich das Kabel gewesen ist, was mir nicht aufgefallen ist. Na gut, aber solche Fehler passieren, wenn man nur 60 Abonnenten hat. Noll. Untertitelung. BR 2018 Ihr hört diese Gitarre hier. Gut, dann gehen wir mal nochmal in den Clean-Kanal. Settings lassen wir so. Wir geben da ein bisschen mehr Reverb dazu. Den habe ich jetzt halb aufgedreht. Ich gehe mal von der Tiefe des Dremolos ein bisschen runter. Ich gehe mal. Schleifte das Dremolos ein bisschen runter. Schleifte das Dremolos ein bisschen runter. Das ist ein bisschen mehrmals. Ich gehe mal aus. Schleifte das Dremolos ein bisschen zu fledgermäßig. Das war's. Ich meine, Herz, was willst du mehr? Ich bin wirklich richtig, richtig verliebt in diesem Verstärker, weil er halt einfach aktuell fast alles abdeckt, was ich brauche. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz noch was dazwischen schalten. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Ja, ich pausiere mal eben das Video. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt habe ich hier von Kreuter ein Pedal des Color Booster dazwischen gehangen. Und geht es hier über die Color Seite, um den quasi noch ein bisschen mehr Travel hinzuzufügen. Ist jetzt, ja, auf 9, 10 Uhr irgendwo in den Dreh rum. Und es spielt weiterhin meine Dangelico. Und jetzt, ja, auf 9, 10 Uhr. Das gibt mir halt noch ein bisschen mehr diesen Travel Boost oder diese Höhen dazu, die ich hier ein bisschen vermisse, weil der Amp halt schon relativ warm klingt. Jetzt zumindest für meinen Geschmack. Das Tolle an dem Kreuter Audio Pedal ist auch, man kann da noch ein bisschen Booster. Dann klingt das halt nochmal cooler. Dann kann man sogar ein bisschen nochmal rausnehmen von den Höhen. Weil ansonsten die Ohren zerspringen. Und für alle Leute, die irgendwie so irgendwo zwischen Garage Rock, Spaghetti Western und auch von mir aus Rockabilly unterwegs sind, ist der Amp einfach mega. Und da ich in der Richtung aktuell geschmackstechnisch ziemlich unterwegs bin, feiere ich diesen Amp halt auch einfach ziemlich hart ab. Und wenn man mal einen findet, man muss halt auch ein bisschen die Augen aufhalten, auch vielleicht Richtung Italien und so weiter und so fort, ist der Ganner auf jeden Fall, ja. Ja, er entspricht das, was er halt auch sagt, was er ist, ein Ganner. Und bei Spaghetti Western passt das ja irgendwie. Ja, das war es an dieser Stelle von meinem Video, was doch ein bisschen umfangreicher geworden ist, als ich geplant habe. Aber wie gesagt, nochmal sorry, wegen dem kleinen Kabel-Fauxpas. Ja, ich werde es wegschmeißen. Beim nächsten Video wird das nicht mehr passieren. Mal gucken, was mir jetzt nächstes so vor die Linse läuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Liebe Grüße aus dem Westerwald. Und bis dann mal. Tschüss. Tschüss.